Zweite Stunde. Einzelne Takte rausüben. Zum Beispiel ersten Takt aus Etüde 1. Auf Genauigkeit zur Verbesserung der Technik. Jede Hand separat. Beide Hände. Jeden Tag einen anderen Takt herausüben. Gehe immer an deine Grenzen. Jeden Tag schneller. Auch mit den Füßen üben. Bei der Fersentechnik bleibt die Ferse am Pedal. Grundsätzlich bleibe auch mit der Spitze am Pedal. Bei der Spitzentechnik nimm die Assoziation des Springens. Wie wenn du wegspringen würdest. Übungen am Set kreativ verwenden. Jeden Takt auf einer anderen Trommel spielen. Auch schneller. Wechsel Hände und Bass drum. Nicht vergessen auch andere Takte zu verwenden. Beachte stets das Dokument, die Überegeln. Wechsle alle halben Takte. Takt 2 aus Etüde 1. Verschieden aufgeteilt. Beachte die Überegeln. 2. 2. 5. 6. 6. 7. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Untertitelung des ZDF, 2020